Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei ProTube Racer, einem Spiel, in dem es darum geht, Profi-YouTuber zu werden. Man kann sich neue Kameras kaufen, neue Haustiere, neue Dimensionen und ich hoffe am Ende, mich selbst als Haustier zu ziehen. Wird uns das gelegen, wir werden es am Ende des Videos sehen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Let's go. Wir haben direkt ein paar Haustiere geschenkt bekommen, äh, von Zuschauern. Können wir direkt am besten hier ausrüsten. Jetzt haben wir schon, wie, wo sehe ich mein Speed? Ähm, ich habe nicht viel, doch, 1150, oh, jetzt ist die Runde gerade zu Ende. Da haben wir ein bisschen, bisschen Timing-Pech gehabt. 1150 ist unsere Maximalgeschwindigkeit und wir können jetzt, die gehen alle in die Dimension. Was brauche ich dafür? 5000 Speed? Habe ich nicht. Verdammt. Nee, Subs. Man muss Abonnenten sammeln. Ah, okay, 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 okay. Hier kann ich mir ein Werkzeug kaufen, das sollte ich vielleicht schnell tun. Oh, das kostet 100 Abonnenten, das kann ich mir gar nicht leisten. So, jetzt müssen wir klicken. Wir sammeln zusätzlichen Speed, aber die Haustiere boosten eh schon so krass. Wir haben 1200 Speed, 1210, oh Gott, man sammelt ja, man sammelt wirklich nur ein Klick pro Ding, aber da steht es auch, ne Eins. Naja, okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Autoklicker installieren, plus brauchen wir Werkzeuge, damit wir mehr pro Klick kriegen. Das ist ja hier sonst ein Krampf, ey. 3, 2, 1 und Abfahrt. Wir sind schnell, wir sind schnell. Wir beschleunigen 300. Wir holen den ein. Boom, Alter. Wow, wir werden richtig schnell. Wir sind, oh, bumm. Einen Abonnenten haben wir nur bekommen. Ah, weiß ich nicht. Wir werden halt immer schneller, ne. Hier ist unsere Beschleunigung. Jetzt sind wir bei 900. Wir sind jetzt ungefähr bei 1000 kmh. Und jetzt gleich haben wir unsere Maximalgeschwindigkeit. 1310 kmh. Ja, hier steht es auch. Max Speed. Haben wir jetzt gerade. Schneller kann ich nicht. Jetzt muss ich nur nach 113 Sekunden gerade auslaufen und möglichst viele Abonnenten sammeln, damit wir uns dann gleich Werkzeuge holen können und Haustiere. Die Frage ist, wenn ich jetzt loslasse, werde ich... Ich hole den ein. Ich bin eine Maschine. Werde ich jetzt langsamer? Ja, okay, wir müssen gedrückt halten. Schade. Ich dachte, ich kann mal kurz nach einem Code nebenbei suchen. Wir haben jetzt fast die erste Reihe geschafft. Wir sind ganz hinten, ganz unten durch. Und das gibt nochmal schön Wins eingetütet. 50 Wins. Okay, gut. Da werde ich jetzt mal die letzten 50 Sekunden dafür nutzen, um meinen Autoclicker zu installieren. Können wir... Ah. Ich kann mir die nächste Dimension kaufen. Eisen. Ne, wir sollten aber... Doch, das macht Sinn, ne? Weil wir haben schon 200... Was ist das mit Eisen? Achso, ne, da kaufe ich mir nur diesen Teleportierung, damit ich mich dahin teleportieren kann. Ich glaube, das ist Quark. 331 Subshammer gesammelt. So, jetzt können wir nicht in die neue Welt. Das kostet 5000. Wir können uns aber auf jeden Fall ein neues Werkzeug ziehen. Ein gutes, episch modernes Aeroskop. Wow, Alter, das ist aber gezogen. Fühlig. Gut. Gut, Werkzeug. Plus 4 pro Klick. Und die können wir verbessern, wenn wir 3 Stück haben. Es wird eskalieren, es wird eskalieren. Let's go. Und... Bam. Wir klicken. Wir klicken nicht, oder? Doch, wir klicken. Aber wir klicken langsam. Die haben eine Autoclicker Protection drin. Okay, müssen wir ein bisschen justieren. Verdammt. Aber ich will eigentlich noch ein Haustier nebenbei ziehen. Wir haben noch 200. Ich ziehe mir hier nebenbei noch ein Haustier. Während ich klicke... Lemur. Das ist der schlechteste, aber verbessert uns, glaube ich. Warte mal. Zack. Zack. Ja, verbessert uns gut. Jetzt haben wir 2300 Speed. Kann ich das hier irgendwo sehen? Max Speed. Boah, wir sind schon relativ weit vorne. Oh, yo. Alter, der hat 114 Millionen. Und wir ziehen an Leuten vorbei. Ah, der hält sich, der hält sich. Boah, der hat auch eine gute Beschleunigung. Aber der laggt auch ein bisschen. Wir schaffen es durch die Map. 7, 6. Hier sind wir. Hier sind wir, wo der Mauszeiger ist. 5, 4, 3. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Es ist so knapp, Alter. Ich roll noch ins Tier. Oh, Mann, ey. Okay, wir könnten ein Werkzeug besser. Macht, glaube ich, keinen Sinn. Wir haben schon ein geiles Werkzeug. Wir gehen hier damit nochmal mit der Haustiere rein. Und noch ein Lemur. Jetzt habe ich, glaube ich, 3 Lemurs, ne? Bei einem hatte ich schon. Ja, jetzt haben wir 3 Lemurs. Jetzt habe ich quasi dreimal das Schlechteste hier. Ja, jetzt macht es eigentlich Sinn auf... Oh, was ist denn? Freispiel? Wir gehen rein. Premium Pad, bitte. Ich muss klicken. Ah, jetzt klappt es. Okay. Oh, nicht 200. Ich war so knapp beim Premium Haustier. Das sind diese Dinger hier. Boah, jetzt haben wir aber arschviel Speed. Jetzt klappt das perfekt, ne? Wir haben 3.700, 3.000, 4.000. Und wir haben automatisch Laufnahmen. Alter, 4.100. Das ist schon fast illegal, ne? Ja, am Anfang, am Anfang, die haben bessere Beschleunigung. Aber wir holen auf und ziehen vorbei. Dabei sind wir noch gar nicht im Speed. Wir sind jetzt bei 500 kmh. Wir können 4.200 kmh laufen. Mit dem erhöhten Speed schaffen wir natürlich locker ne Runde. Und das gibt 600 eingetütet. Boah, 600. Hm. Das lohnt sich auf jeden Fall. Heftig, deftig. Wir haben aber nach wie vor nicht die neue Welt freigeschaltet, ne? Wir öffnen das Premium-Ei-Eisen. Denke ich am schlechtesten. Oh, ich muss klicken. Ey, Achtung. Ja, warte, klicken eh nicht so wichtig. Besten. 1.400 gibt der Eisenbutton. Geil. Aber dadurch, dass wir jetzt so wenig geklickt haben, könnte es sein, dass wir trotzdem unseren Geschwindigkeitsrekord nicht brechen. Der war bei 4.100. Doch. Hammer besiegt, Leute. Aber ganz knapp nur, ey. 4.380. Naja. Ist okay, ist okay, Leute. Aber jetzt haben wir uns stark verbessert. Guck mal. Wir sind von 600. Ey, wir haben uns um 800 verbessert. Das heißt, wir können jetzt locker über 5.000 hitten beim nächsten Mal. Dieser Überpro, der Twins Mercedes 2014, hat mir eine Anfrage geschickt. Meint ihr, wir können einfach auf ganz illegal... Ah, ich dachte, wir können den auf ganz illegaler Basis eine Anfrage schicken zum Tauschen und können da ein paar OP-Haustiere abstauben. Aber das war leider ein Raffa... Ich bin Bester? Warte mal, warte mal. Hä? Mit 4.000 Speed. Aber, warte mal. Holt hier jemand auf? Der könnte aufholen. Aber ich... Sind die in einer... Also, ich weiß, sie sind natürlich auf anderen Strecken. Das ist mir klar. Aber wahrscheinlich werden die dann hier nicht angezeigt, ne, wenn die auf den anderen Rennstrecken sind. Weil ich bin doch hier nicht ansatzweise der Schnellste. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mindestens mal 6 Leute, die schneller sind als ich. Wir haben 6.800 Abonnenten. Das heißt, wir können hier durchgehen. Ach, die muss ich dann ausgeben. Jetzt sind die alle weg. Die Welt ist halt... Da bin ich drauf scharf. Denn da sind safe YouTuber in den Eiern. Weil da ist ja auch dieser YouTube-Teppich. So, unsere Bruder hat sich ein bisschen verbessert. Wir sind jetzt im Grünmach. 1.500. Wir können uns ein neues Handwerkstool kaufen. Eine kompakte Kamera. So ist die besser. Die ist viel besser. Ausrüsten und schnell klicken. Boom. Rein da, ey. Die ist ja viel besser. Was saust du hier raus? Wir gucken schon mal. Hey, das sind auch keine YouTuber. Aber wir nähern uns. Wow. Guckt ihr da diesen Drachenatzen bei 001? Ich hab 11.000. Diese Werkzeuge sind über OP. Obwohl ich das Schlechteste hab. Okay, das heißt, werkzeugmäßig müssen wir uns auf jeden Fall noch weiter verbessern. Ist zwar schon ein geiles Teil mit 20, aber geht auf jeden Fall besser, ne? Hey, ich krieg gar keine Beschleunigung, kann das sein? Ach, ich bin auf Maximum schon. Ach so. Wir haben uns ein bisschen vorgearbeitet, meine Freunde. Krieg ich jetzt hier mehr? Boah, der ist überschön. Habt ihr gesehen, wie der mir vorbeigeflogen ist? Obwohl ich hier mit 13.000 km am Armstatt bin. Wir machen mal einen Tester, weil das kostet nur 300, das Haustier. Spinne selten. Direkt ein gutes. Wie viel verbessert uns das? Ohohoho. Habt ihr das gesehen? Wir schaffen noch ein... Naja, wir schaffen nicht noch ein drittes. Mann, war die Animation zwei Jahre dauert. Haustiere. Beste. Boah, 4.000 und 3.000. Geil, ey. Das wird so ein dicker Babber-Rekord jetzt. 13.300 war unser Rekord. Wir sind bei 12.000. Und wir sind jetzt im Rekord drin. Und haben noch 12 Sekunden zu klicken. Boah. Okay, das hat sich komplett krank gelohnt. Boom. Wir sprinten los. Haut rein, Leute. Wiederschauen. Und reingehauen. 21.000 km. Wir sind fast doppelt so schnell wie vorher, ne? Ist ja komplett krank. Aber man hat echt die gleiche Strecke, ne? Die ist jetzt auch nicht länger, oder? Oder so. Der ist ja überschnell. Ne, die scheint nicht länger zu sein. Aber da müsste ich ja locker eine Runde schaffen. Mehrere vielleicht sogar. Wir brauchen zwei weitere Haustiere. Oh, episch. Kugelfisch. Hoho. Und? Boah, okay. Wann haben wir Glück gehabt? Haben wir Glück gehabt? Vielleicht noch einen besseren Klicker? Mit ein bisschen sehr viel Glück. Episch. Verdammt, kompakte Kamera. Aber nicht so schlimm. Wir gehen in die Haustiere rein. Rüsten die Besten aus. Let's go. Hohoho. Ey, das ist jetzt schon unser Rekord. Obwohl wir jetzt erst anfangen zu klippen. Wenn wir noch einen besseren Klicker hätten, das wäre komplett illegal, ne? Ich würde mich mal interessieren, was dieses Zusammencraften bringt. Ob das dann wirklich sich verdoppelt, verdreifacht. Das wäre eine interessante Sache, ey. 45.000 Speed. Wir sind schnell. Wir sind verdammt schnell. Haut da rein. Ah, wir können es hier ausprobieren. Den haben wir dreimal. Dann lass hier mal testen. Weil die brauchen wir sowieso nicht mehr. Drei mal 600 ergibt. Okay, die verbessern sich ja überwitzlos. Auch von 600 auf 960. Die verdoppeln sich nicht mal. Das lohnt sich ja vorn. Okay, sieht schon cool aus. Aber das lohnt sich ja vorn und hinten nicht. Das ist Quark, Leute. Ich glaube, die gehen mal 1,5 circa. Also wären die hier ja gerade mal... Dann wäre der gerade mal 30. Dann wäre der ja gerade mal so gut wie Mamas Kamera. Wir können jetzt 6 Haustiere ausrüsten. Das heißt, wir brauchen 3 weitere. Ah, verdammt, da muss ich für bezahlen. Schnell, ich habe noch nicht so viel Zeit. 1. Ich spamme, ich spamme. 2. Oh, ja, Kugelfisch, fühle ich. Und noch 1, 3. Sehr schön. Und jetzt vielleicht mit ganz viel Glück noch einen besseren Klicker auf Crumpher Rieders. Ja, Großvaters Kamera. Geil. Werkzeug, ausrüsten, ausrüsten, zack, beste, bam, klicken. Ich hatte gar nicht Zeit, viel nachzugucken. Alter Schwede. Das müssen wir gleich machen, wenn das Rennen läuft. Wer könnten aber die 100.000 knacken? Oh, es werden überknapp. 97, 98, 99. 100.000. Geil, 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 geil. Wie viel gibt denn das? Der gibt... Ich habe nicht mal die Besten ausgerüstet gehabt, dich, Idiot. Ich habe mit Mamas Kamera ja noch gemacht. Es wäre noch viel mehr drin gewesen. Verdammt. So ein Haustiere, das hat aber geklappt. Mein schlechtester ist jetzt das Tentakel, der Tentakelatze mit 10.000. Geil, 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 geil. Jetzt sind wir natürlich mit einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs. Das sieht man hier auch auf diesen Graphen. Alle im Nichts. So gehört sich das. Wir sind jetzt der Zweitschnellste auf dem Server. Schneller sind nur noch Nemo Nuki mit 160.000. Und PabloPro mit 77 Millionen. Da brauchen wir noch ein bisschen. Ich dachte, ich kann mich ins neue Gebiet glitschen. So, 75.000 haben wir locker flockig gekauft. So, jetzt sieht das, das sieht ja schon sehr gamingmäßig aus in unserem Raum. Es wird immer besser, wir haben hier auch den 100.000-Abonnenten-Play-Button. 22.500 für ein besseres Tool. Da gehen wir mal rein, ich glaube, das bringt am meisten. Und bitte was Gutes. Warte mal, es gibt ein Ro... Ne, das ist aber ein Haustier, das ist kein Tool. Ja, ja, bitte was Gutes. Boah, selten ist okay, ist okay. Helle Kamera, ist nicht das Schlechteste, ist okay. Und das bringt uns 300. Okay, das ist komplett OP. Und dann können wir hier noch reingehen und können das ein paar Mal kaufen. Ninja, weil wir gucken erstmal, wie viel mehr die bringen. Wartet mal, lass mich mal gucken. 57.000. Da gehen wir doch ein paar Mal rein, natürlich. Oh, komm, jetzt aber bitte auch mal was Besseres als Ninja. Vielleicht mal so einen Piraten-Goldenen. Samurai, episch. Ne, ma. Beschwer ich mich ja nun wirklich gar nicht. Zwei können wir noch kaufen. Jawohl, einen weißen Ninja setten. Und nochmal. Und dann hören wir es mal auf. Nochmal einen weißen Ninja. Perfekt, habe ich 200 Mal weißen Ninja gezogen. So, rüsten wir alle aus. Bam. Na, einen bräuchte ich noch. Schaffen wir das? 11 Sekunden noch, beeil dich. Es dauert immer so lang, bis es weg geht. Sechs. Fünf. Ja, perfekt. Oh, wir sind so ready, Alter. Mit der neuen Kamera. Mit den... Warte mal. Das ist ja der YouTuber-Raum und da gibt es keine YouTuber-Haustiere. Nein, 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 nein. Da müssen die später kommen. Es muss doch hier YouTuber-Haustiere geben. Vielleicht da hinten. Im nächsten Gebiet muss es dann sein. Okay. Hier werden wir uns eh nicht so lange aufhalten. Wie viel braucht man? Eine Million. Übrigens weiß ich jetzt auch, warum wir, obwohl wir viel schneller sind, trotzdem nicht so schnell vorankommen. Das liegt an der Schwerkraft. Guckt mal. Achso, ich habe hier automatisch... Es laufen aus. Ähm, ich habe hier 400% Schwerkraft. Das heißt, ich bin viermal so langsam wie einer auf der ersten Spur. Ja, wieso wäre ich denn langsam? Mann, mach doch mal automatischen Sprint an, bitte. Danke. Ich laufe sie bei den 180.000 Gaber. Ich denke, das hier bringt da... Ja, okay, ist halt schon relativ unwahrscheinlich, da ein besseres zu ziehen, ne? Wir gehen mal hier rein. Das haut, glaube ich, Ice Fox gewöhnlich. Nochmal schnell. Mann, man kann kaum... Oh, zweimal Ice Fox gewöhnlich. Wie kann man zweimal das Schlechteste ziehen? Haustiere am besten. 173.000 geben die. Was ist mein Rekord gewesen? 786.000. Und das haben wir jetzt. Man verbessert sich immer so krass. Ich werde halt ne Mio hinten. Ah, es hat kurz geleckt. Das war nicht gut. Zwei. Eins. Och, 984.000. Verdammt. Aber fast ne Mio. Jetzt, guckt mal, man sieht hier richtig die Schwerkraft. Ich laufe so voll arm. Deswegen bagge ich auch immer so zurück. Obwohl ich ja eigentlich unnormal schnell bin. Ey, wir müssen gleich mal mit einer Million Speed die erste Strecke rennen. Das muss ja auch komplett krank aussehen. Das machen wir auf jeden Fall mal. Wir haben jetzt dreimal die helle Kamera. Wir basteln sie zusammen zu einer shiny hellen Kamera. Die 400 gibt. Ja, macht das jetzt so einen Unterschied, ne? Von 300 auf 400 Ruff, ey. Wir brauchen eine Million für das nächste Gebiet. Aber eine Million wird relativ schnell jetzt gehen. Wir haben jetzt 200.000. Gucken wir mal, wie viel Speed. Wir werden jetzt über eine Million hitten auf jeden Fall. Rekord ist auf jeden Fall locker gebrochen. 1,1 Millionen vielleicht sogar. Ja, haben wir es doch mal gut verbessert. Aber warte mal. Ich wollte ja das Startgebiet laufen. Ich laufe mal das Startgebiet jetzt. Schwerkraft 20%. Schwerkraft 1%. Let's go. Weiß nicht, was jetzt passiert. Wir beschleunigen gar nicht. Aber wir überholen alle. Ich glaube, hier ist eine maximale Speed-Begrenzung drin. Ich denke, der Server laggt auch wegen mir. Weil guckt mal. Das ist auf jeden Fall nicht im Sekundentakt. Ne, das ist auf jeden Fall. Das laggt oder so. Ich bin zu schnell. Ich denke, das ist hier. Das haut hier alles von dort hinten nicht mehr hin. Ich glaube, ich crash den Server auch gerade. Weil ich bin viel zu langsam. Weil guckt mal, dieser Balken hier bewegt sich ja gar nicht. Das ist wahrscheinlich auf 10.000 oder so begrenzt. Na okay. Dann laufen wir eine Runde mal fertig. Und dann kümmern wir uns mal wieder um unseren Fortschritt. Eine Million Abonnenten brauchen wir. Wir haben eine Million verdient. Und ich hoffe, für die Gesundheit des Entwicklers, dass wir jetzt in diesen Eiern hier endlich YouTuber sehen. Und dass da der Benzon einmal dabei ist. Leute, es wäre ein Träumchen. Es wäre ein Träumchen. Und? Oh, ich bin so ungebrochen. Ich bin so. Ja komm, wenn man Augen zukneift, könnte das doch ich sein, oder? Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war nicht das erhoffte Ende. Aber lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzon. Ciao.